Ich war letztes Mal irritiert, hier rechts rein fahren, ne? Ja, nicht rein. Hey, ciao, Alter! Was ist denn los, Alter? Ja, ja, ich auch. Ja, nein, ich bin dir nur hinterher, ich hab noch gerufen gehabt. Ich weiß, ich weiß. Was? Wenn ich alte fahr, springe ich meistens aus dem Anlieger einfach raus. Ja, ja, da gibt es eine gute Stelle, wo man rausspringen kann. Ja, auf die rechte Seite gleich. Ja, ich nicht. Ja? Okay. Ja. 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 Was? Da wurde auch was Neues gebaut. Ja, mir ist egal, ob wir hier oder... Auf die rechte Seite wurde was Neues gebaut. Ja, ich wollte gerade sagen, rechts geht auch einer. Es geht aber hier links oder rechts einer. Ja. Aber dann ist es zu kurz. Dann haben wir hier den Standort lieber. Okay. Ja? Ich gehe mal. Man recess is ødel fest. Und segge und wird dann anschauen, damit wir den Standort lieber. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dankeschön Danke Danke Alles gut, danke Danke Hier gab es viele Schritte mit dem Kicken und dem Rand Das war schon heavy, der letzte Es geht, man wird relativ schnell und da ist halt lockerer Boden Du rutschst halt viel, ja hab ich gemacht Aber jetzt zu kommen Dauber 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 Was Oberg Man Dauber Dauber im trockenen ist die schöner ich habe es viel zu spät gesehen aber das ende ist so ausgelutscht da wirst du echt rumgeschakt am ende für das kurze stück warte doch kurz ich habe die gar nicht gesehen dass die vorgefahren sind ja lass kurz warten du siehst ja wo sie hinfahren jetzt ungefähr ja 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 ich habe mich ganz wirt gekickt gerade hinten voll hoch geschoben der step up hat ganz schön komisch gekickt ja 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 der erste oder der zweite ne ne der step up der am ende ok krass ich weiß nicht ob es an der einstellung lag dass vorne jetzt harter ist als hinten aber hat ganz schön hoch also er hat mich hinten nochmal so nachgekickt aber vielleicht war es auch einfach nur ungewohnt weil ich nicht lust wie ich nicht springen soll da kommt ein band da hingegen ja 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 neust 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 Das war's für heute. Das war's für heute.